Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema verwünscht, verhext, verrückt oder was, Titel eines Buches vom Pater Dr. Jörg Müller, stößt auf Interesse. Wir merken das an den Einschaltzahlen derjenigen, die das bei YouTube nachhören oder das live mit dabei sind. Das ist nicht nur bei uns so, auch beim ERF. Die haben auch eine Sendung zu dieser Thematik gehalten und da waren dann enorm viele Menschen, die sich das angeschaut und angehört haben. Es ist auch ein Thema, das die Menschen offensichtlich bewegt, weil sie selber auch für sich Klarheit haben wollen. Er hat nun als Überschrift gewählt, Unterscheidung besessen oder hysterisch. Das ist oft nicht ganz leicht auseinanderzuhalten und schreibt. In Fällen, in denen eine dämonisch bedingte Erkrankung angenommen werden kann, fehlen oft die Zusammenhänge. Ursache und Wirkung scheinen keinen Sinn zu ergeben. Die Symptome treten plötzlich auf und verschwinden nach dem Befreiungsgebiet ebenso plötzlich oder auch nicht. Medikamente wirken nicht. Dazu kommen seltsame, mitunter groteske Effekte, die der Patient nicht kontrollieren kann, z.B. plötzliches Schütteln oder Zittern, ähnlich beim Parkinson-Syndrom, ruckartiges Hochwerfen des Kopfes, Abwehrreaktionen gegenüber geweihten Gegenständen oder umgekehrt, zwanghaftes Beten müssen, manchmal unter demütigenden und entwürdigenden Körperhaltungen, unerklärliche Ängste und zusätzlich weitere Symptome, die unter Diagnose Hysterie, Schizophrenie, endogene Depression oder psychovegetatives Psychosyndrom eingereiht werden können. Diese geballte Symptomatik kommt selten vor. Viel schwieriger ist die Unterscheidung bei Störungen mit weniger krassen Ausformen, wenn z.B. lediglich das subjektive Empfinden einer unerklärlichen, deprimierenden Stimmung vorhanden ist. Die Ärzte finden keinerlei organische, hormonelle Störung, verschreiben aber wohl auch aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus und um den Patienten zu beruhigen, ein Antidepressivum. Hier muss man sich das Vorleben, die Begleitumstände, die religiöse Praxis des Patienten anschauen, um einen möglichen Verdacht auf okulte Hintergründe abzuklären. Die Besessenheit, lateinisch possessio, wurde bislang angenommen, wenn erstens. Der Betreffende im Besitz von Kenntnissen und Fähigkeiten ist, die er von sich aus nicht haben kann. Hellsichtigkeit, übermenschliche Körperkraft, außerdem das Sprechen nicht gelernter Fremdsprachen. Zweitens, er ein anhaltendes, zusammenhängendes Handeln zeigt, indem eine zweite, neue Persönlichkeit spürbar wird. Veränderte Stimme, abnormale anatomische Fähigkeiten. Drittens, er im moralischen Charakter eine unerklärliche Veränderung, trotz aller sonstigen Frömmigkeit und Beherrschung, plötzliche Ausbrüche von Flüchen, unflätigen Bemerkungen, Aggressionen zeigt. Jeder Punkt, allein genommen, reicht nicht aus, um von Besessenheit sprechen zu können. Außerdem gibt es partielle Besessenheiten. Das heißt, die Symptomatik bewegt sich in der Grauzone zwischen Um- und Besessenheit und ist viel schüttelnd. Punkt eins, das waren Kenntnisse und Fähigkeiten, die er normalerweise nicht hat, könnte eine paranormale Begabung sein, die keineswegs immer dem Dämon zuzuschreiben ist. Punkt zwei, wenn eine zweite Persönlichkeit aus jemandem heraus spricht, entspräche einer gewöhnlichen Schizophrenie. Und Punkt drei, wenn jemand, der sonst ganz fromm ist, plötzlich ganz wild wird und flucht, könnten auch die Schattenseiten eines Gewohnheitssünders sein, der sich trotz eines gewissen Gebetslebens dem Laster hingibt. Deshalb müssen alle Punkte gemeinsam vorhanden sein, will man von der schwerwiegenden Diagnosebesessenheit sprechen. Der Psychiater Dr. W. Lächler charakterisiert sie so. Wir verstehen unter Besessenheit die Ingewohnung eines Menschen durch einen Dämonen und dessen zeitweilige Einwirkung auf das menschliche Denken fühlen und handeln. Zitat Ende. Das Erkennen ist nur vom Glauben erfassbar und braucht die Bestätigung durch erfahrene Theologen, Mediziner und Psychologen. Während der Schizophrenie die Stimme als innere zu ihm gehörende Vorgänge wahrnimmt, begreift sie der Be- und Umsessene als Ausdruck eines Fremdwesens. Außerdem, und das ist jetzt interessant, ist der Ansprechpart in dieser Krise, während der echte Psychotiker oder Epideptiker, während der Krise nicht ansprechbar ist. Also das sind zum Beispiel solche Dinge, die eben nur ein Fachmann weiß, das hätte ich jetzt nicht gewusst, dass jemand, der wirklich von Bösen besessen ist und Phänomene zeigt, dass der immer ansprechbar ist, während der echte Psychotiker das nicht ist, den können sie nicht erreichen. Und deshalb braucht es einfach auch diese Expertise. Und wenn da jemand Erfahrung hat, dann kann er ziemlich treffend urteilen, was hier wirklich vorliegt. Da die Krankheitsbilder vielschildernd sind und wechseln können, werden sie oft der Hysterie zugeordnet. Eine diskriminierende Diagnose, die von Laien meist mit falschen Vorstellungen verbunden ist. Das Wort stammt aus dem Griechischen und heißt Gebärmutter. Es herrschte unter den antiken Ärzten die Meinung, dass gewisse auffällige Verhaltensweisen bei Frauen auf eine kranke, wandernde Gebärmutter zurückzuführen seien. Heute steht doch fest, dass auch Männer hysterisch werden können. Psychogene Anfälle wie die häufige Hyperventilation, eine Hegelatmung aufgrund von Übersäuerung des Blutes, motorische Dysfunktionen, Bewusstseinsstörungen, Dämmerzustände, rasch wechselnde Emotionen und lapide Willensimpulse zählen dazu. Die Sexualität ist praktisch bei allen gestört. Der hysterische Mensch nimmt zwar die Wirkung seiner eigenen Gefühle wahr, die sich in Symptomen wie Wahnvorstellungen, Gedächtnisstörungen, Affekt ausbringend Sinnesstörungen sowie Lähmungen manifestieren können, ohne jedoch diese Gefühle erkennen zu können. Bei der Besessenheit ist sie der Patient zwar seinen Gefühlen bewusst, erlebt jedoch nicht die damit verbundenen Ängste und vermag ihre Auswirkungen nicht angemessen einzuschätzen. Auch wieder ein offensichtlich wichtigerer Impuls auf der Unterscheidung. Inzwischen ist man sich gar nicht mehr so einig in der Beschreibung und Abgrenzung hysterischer Erkrankungen. Um Diskriminierungen zu vermeiden, die immer noch mit diesem Etikett verbunden sind, weicht man auf andere Diagnosen aus. Somatisierungsstörung, dissoziative Störung, schauspielende Persönlichkeit Allgemein lässt sich sagen, dass der hysterische Charakter geltungssüchtig ist. Nicht akzeptable Umwelteindrücke, auch Schuldgefühle und Frustrationen werden vehement abgewehrt durch Ausblendung in der Wahrnehmung, in der Erinnerung, durch Verwandlung in körperliche Signale, wobei stets auch die eigene Hilflosigkeit demonstrativ herausgestellt wird. Durch Identifizierung gelingt es dem Hysteriker in perfekter Weise, Krankheitsbilder zu übernehmen, denn er zeichnet sich aus durch einfüllende Begabung, Sensibilität und schauspielerische Fähigkeit. Die ständig wechselnde Symptomatik weist auf die Angst hin, für den Fall einer völligen Genesung für die Mitwelt bedeutungslos zu werden. Meines Erachtens lässt sich der Hysteriker vom wirklicher Okkult erkranken ziemlich rasch abgrenzen. Jeder dämonisch attackierte, umsessene oder besetzte Mensch reagiert über kurz oder lang auf Fremdgebete, auf Ferngebete, von denen er nichts weiß. Hierbei ist also ein möglicher Suggestionseffekt ausgeschlossen. Dass hier nur die gezielten, für diesen konkreten Menschen zugedachten Gebete wirken, und zwar beharrlich und regelmäßig gesprochen, ist eine wichtige Erfahrung aller, die im Dienst der Befreiung und Heilung stehen. Also diesen Menschen besonders mit dem Gebet nahe seien, sie nicht verurteilen, sie leiden oft ja selber sehr darunter. Die Vielfältigkeit der Ursahnden, das möchte ich jetzt nur noch ansprechen, am Freitag geht es dann weiter. Es gibt mir zu denken, dass die meisten Opfer solcher schwer einzuordneten Störungen fast ausschließlich Menschen sind, die in der Regel religiös praktizieren. Das scheint jetzt nicht sonderlich auffällig zu sein. Es ist ja klar, dass der Böse in der Regel nur die angreift, die religiös praktizierend sind. Es sind weiterhin Menschen, die sehr angepasst leben. Sie haben nicht gelernt, sich abzugrenzen, also Nein zu sagen, sich zu wehren und durchzusetzen. Mitunter sind sie sehr leichtgläubig, beeinflussbar und harmoniebedürftig. In meiner Praxis, und er hat ja viele Männer und Frauen gehabt, die zu ihm gekommen sind, kam noch keiner mit dieser Problematik, der selbstkritisch und wehrhaft ist. Also das auch eine interessante Beobachtung. Wir werden an dieser Stelle weitermachen. Ich darf Ihnen den Segen spenden auf die Fürspalt des Heiligen Canisius. Segne, heile, schütze und behüte sie. Bewahre sie vor dem Empftus des Bösen oder nehme diesen hinweg. Breche ihn, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.